Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde. Lass uns mit 1. Korinther 12, Vers 21 weitermachen. Und denkt daran, wir lesen weiterhin die Passion-Übersetzung. Paulus sagt uns folgendes. Es wäre falsch, wenn das Auge zur Hand sagt, wenn der Kopf zum Fuss sagen würde, ich brauche dich nicht. Und ebenso falsch, wenn der Kopf zum Fuss sagen würde, ich brauche dich nicht. Wir denken doch tatsächlich, das könnte in der Gemeinde nie passieren. Doch ich denke, dass Paulus vom Heiligen Geist inspiriert wurde, um zu zeigen, dass es ständig passiert. Und denkt daran, Jesus gebrauchte sehr praktische Gleichnisse, um tiefe geistliche Wahrheiten aufzuzeigen. Und Paulus macht es genauso. Natürlich ist es absurd zu meinen, dass ein physisches Auge zur Hand, ich brauche dich nicht, sagen könnte. Denn wenn du die Hand abschneidest, bist du quasi ein Krüppel. Wir wissen also, dass jedes Körperteil gebraucht wird. Schau, was wir innerhalb der Gemeinde gemacht haben. Wir haben innerhalb der Gemeinde so eine Unterteilung geschaffen, dass die einen Glieder denken, dass sie die anderen nicht brauchen. Das ist fürchterliche Arroganz und macht den Leib zu einem Krüppel. Ich erinnere mich, dass ich unsere Leiter lehrte, die wir Anfang der 90er in Österreich schulten. Und ich lehrte sie über diese furchtbare Arroganz in der Gemeinde. Dass Leiter die talentierten und begabten Leute begünstigten. Wenn du darüber nachdenkst, haben wir die Gemeinde ziemlich genauso aufgebaut, wie in der Welt Unternehmen strukturiert sind. Ich erinnere mich, als ein sehr wohlhabender Mann in der christlichen Welt sehr einflussreich wurde. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Er war in der Tat ein richtig erfolgreicher Geschäftsmann. Er war aus Amerika. Er hat mir sogar persönlich angeboten, in das Geschäft einzusteigen und Millionär zu werden. Er brachte dann seine Leidenschaftsprinzipien und Lehren mit in die Gemeinde hinein. Und ich erinnere mich, dass Gemeindeleiter und Pastoren ganz verrückt danach waren. Und viel Geld ausgaben, um seine Bücher zu kaufen und seine Lehre anzuhören. Aber ich mochte das nie, denn in meinem Bauch fühlt es sich nicht gut an. Und heute, Jahrzehnte später, halte ich sogar noch weniger davon. Denn in den letzten Jahrzehnten sah ich, wie viele Leben zerstört wurden, weil diese Lehre in die Gemeinde kam. Und ich erinnere mich, als das damals passierte, da konfrontierten mich Leute. Sie sagten, Reinhard, du gehst nicht weise mit deiner Zeit und Energie um. Du musst in diejenigen investieren, die begabt und talentiert sind. Und hör mal an, was sie danach sagten. Sie meinten, du musst in diejenigen investieren, die dir einen guten Ertrag bringen. Das hat mich so wütend gemacht. Glaubst du wirklich, dass Jesus über Gewinn nachdachte, als er das Evangelium predigte und es seinen Jüngern demonstrierte? Ihm ging es um Menschen und darum, sie zu lieben und wiederherzustellen. Aber schau in die heutige Gemeinde. Leute mit unfassbarem Leidenschaftspotenzial sind diejenigen, in die die anderen Leiter investieren. Diejenigen, bei denen Pastoren wissen, dass sie ihnen einen guten Ertrag bringen werden, sind diejenigen, in die sie investieren. Und wir nennen das Fruchtbarsein. Wie ist das denn, Fruchtbarsein? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Also, wenn du Menschen nicht liebst, sondern sie gebrauchst, um ein System zu errichten, dann hat das nichts mit Fruchtbarsein zu tun. Denn wir müssen wirklich verstehen, dass ein Körper nicht so funktionieren soll. Nur weil ein Teil schwächer ist und nicht, wie wir es nennen, das gleiche Potenzial der anderen hat, können wir nicht einfach sagen, dass wir ihn nicht brauchen. Schau dir die herausfordernde Aussage an, die Paulus in diesem Vers macht. Er sagt, und ebenso falsch, wenn der Kopf zum Fuss sagen würde, ich brauche dich nicht. Paulus ist sehr klar in diesem ganzen Zusammenhang. Wer ist der Kopf? Der Kopf ist nicht der Pastor. Der Kopf des Leibes der Gemeinde ist Jesus Christus. Paulus sagt also, dass es falsch wäre, wenn Jesus sagen würde, ich brauche dich nicht, denn du bist nur ein einfaches Glied. Ich kann verstehen, dass ein Glied, das sich bedeutender fühlt, zu einem anderen, was nur Schwierigkeiten macht, sagt, ich brauche dich nicht. Aber Jesus, höchstpersönlich, braucht dich. Der Kopf wird niemals sagen, ich brauche dich nicht, denn der Kopf weiss, dass jeder Teil des Körpers wichtig ist. Was wäre, wenn wir in der Gemeinde wie in einem Körper arbeiten würden und nicht wie in einer weltlichen Struktur? Selbst die Teile, die schwach wirken und anscheinend keinen sogenannten Gewinn bringen, sind wichtig. Wir brauchen sie alle. Morgen machen wir weiter. Ich verb Freddie, dass ein 외 materier ist. Wir brauchen sie nicht. Vielen Dank.